Hi, schön, dass du da bist zum neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Avery und ich bin hier gerade in Adopt Me. Und heute, wenn ich dieses Video aufnehme, kommt tatsächlich das Mythic Egg raus. Und das will ich heute gemeinsam mit euch erleben. Deswegen würde ich sagen, reden wir gleich lange und starten los in dieses Video. Okay, noch eine Minute, bis das Mythic Egg rauskommt. Mir kommt es immer noch vor wie gestern, dass das Ocean Egg einfach rausgekommen ist. Ich habe vom Ocean Egg auch nur sechs Stück hier. Hier nur sechs Stück. Okay, noch 30 Sekunden, Leute. Oh mein Gott. Zehn Sekunden noch, bis das Mythic Egg rauskommt. Okay. Oh mein Gott. Was ist denn passiert? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und? Bitte sag, es passiert irgendwas episches. Passiert irgendwas? Sind sie jetzt einfach da? Oh mein Gott, bitte sag, nicht, dass sie einfach nur so released worden sind. Oh mein Gott, sie sind wirklich da. Oh mein Gott, die sehen ja richtig episch aus. Oha, ich hoffe direkt mal zwei, dass wir dann gleich hatchen können. Die rollen ja, oh mein Gott, die rollen einfach. Eine Minute, 37 Sekunden entspätigt. Okay, Hot Springs ist unsere erste Aufgabe. Das sieht richtig nah so von der Animation her, wie das so springt. Aber dass es kein Event hier dazu gab, ist schon ein bisschen Zeit irgendwie. So, erste Aufgabe ist fertig. Okay, okay, hungrig. Okay, ähm, ich geb dem Egg einfach mal mein Popcorn. Und die erste Animation sieht auch voll nah, ist das irgendwie. Okay. Komm, jetzt, jetzt soll es aber wirklich gehadget werden. Okay, es ist fast fertig. Es ist fast fertig. Und es hatcht fast fertig bekommen. Bitte irgendwas Gutes. Bitte irgendwas Gutes. Oha, was ist das denn? Was ist das denn? Goldhorn. Ähm, was ist das? Goldhorn. Legendary? Ich hab aus dem ersten Mythic Egg ein Legendary bekommen. Ähm. Holy, das hat ja auch so einen Propeller oder so. Oh mein Gott. Ich hab ein Legendary aus dem ersten Mythic Egg bekommen, das ich geöffnet hab. Was? Okay, guck mal das zweite Mythic Egg hier raus. Ähm, ich werd mir demnächst auf jeden Fall wieder Robux kaufen, denk ich. Und dann, äh, Fly the Ridepush kaufen hier für so'n Pet. Weil das sieht echt nice aus, das ist bestimmt sehr viel wert hier. Auch zum Traden könnte ich mal ein Video drüber machen. Okay, dann würde ich sagen, zweites Egg wird auf jeden Fall gehadget. Okay, wir sind jetzt hier gerade beim Camp angekommen. Hier wurde auch gerade schon ein Egg gehadget. So, okay, ist auf jeden Fall mein Camping fast fertig. Okay, ähm, so, dann muss mein Egg jetzt eigentlich hier nur noch einmal schlafen. Und dann wird das auch schon gehadget. Okay, was wird rauskommen? Und, komm, irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Loin, ein Drache! Ey, der ist ja ultra selten, oder? Ich hab jetzt ein sagenhaftes und ein ultra selten aus meinen ersten beiden Eggs bekommen. Was? Was euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr so gerne einen kostenlosen Like und ein Abo dalassen. Das sind zwei Klicks, die mich sehr, sehr unterstützen. Dann würde ich sagen, habt noch einen wundervollen Tag. Haut rein, Leute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer A-Ray. Spätin Schuss Spätin Schuss Weer A-Ray. Und